und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa aus aktuellem anlass dachte ich mir so drehe ich heute mal ganz spontan ein video zum thema youtube richtlinien und zwar ausgang der ganzen situation ist dass ein youtuber den ich abonniert habe und ich auch schon seit einiger zeit verfolge hat so eine challenge aufgerufen und dachte ich mir so gut machst du da auch mit und dann hat wohl irgendjemand da etwas verlinkt was man nicht verlinken darf mir ist ja jetzt nichts aufgefallen sag ich mal gut kann ja sein und daraufhin war der youtube-kanal auf einmal weg ja dann bin ich irgendwie so ein bisschen in die forschung angst und dann habe ich gegoogelt und auf einmal stand da irgendwie der kanal wurde platt gemacht oder wurde gelöscht besser gesagt schon das ist so sinngemäß noch weiter gegoogelt schon auf einmal verstößt gegen die youtube richtlinien ich kenne fast alle seine videos da ist alles in ordnung absolut seriöser kanal war ich meine absolut feiner kerl und was soll das jetzt sein und hat sich wohl herausgestellt dass irgendjemand da irgendwie link deine kommentare gepostet oder wie auch immer ich weiß es nicht so genau auf jeden fall der kanal ist jetzt auch wieder da und auch ich hab da auch schon so ein paar erfahrungen macht mit youtube richtlinien ich könnte mal ganz kurz dazu mein google konto öffnen automatisch hat man ja auch kommt man eine e mail von youtube und da sollte man schon das eine oder andere mal auf jeden fall auch reinschauen weil ich zeige mal eben nur das was sie auch sehen sollt so zum beispiel sicherheitswarnung was finde ich ganz gut wenn man bei anderen maschinen einlog kommt immer so eine sicherheitswarnung in dem fall weiter selbst und genauer steht dann hier neue anmeldung auf linux genau da bin ich mit einer dienungsmaschine eingeloggt und wenn man das selber mag kann man das ignorieren oder halt eben auch die beiden nachrichten auf die bin ich auch geschlossen da stand bei mir auch einmal auf englisch das ganze noch auf deutsch auf deutsch wir haben vor kurzem ein problem festgestellt dass möglicherweise aufwägung auf ihre video beschreibung hatte die sie zwischen dem 14 und 16 mai 2024 bearbeitet haben eventuell haben sie auch schon eine benachrichtung über youtube studie app erhalten dazu erhalten genau da steht darauf was man was man machen kann und darauf ein anhang mit dabei sei was wohl nicht von mir ich habe geguckt ich habe gar nichts gefunden und auf einmal dass eben eine excel liste und hat ja jemand ein screenshot von gemacht da sitzt da bei youtube von einer der dann irgendwie ich denke mal mit so einer art skript das ganze ausliest und sobald er eigentlich eine auffälligkeit ist oder eine scheinbar auffälligkeit kommt so eine automatische e mail das kann ich mir nicht vorstellen das ist auf jeden fall eine excel liste und ich denke mal es geht um diesen satz sie htps punkt schriftlich mtb tour blablabla so die seite war bis gestern auf meinem youtube kanal verlinkt wenn ich drauf gegangen ist ich nehme jetzt ein video das zum beispiel funktioniert dann hier unten unter der video beschreibung und hier und da war dann ein link zu meiner homepage da habe ich geschrieben auf und von youtube wurde der link zu meiner homepage entfernt so dass wir jetzt meine homepage die beschäftigt sich eigentlich im endeffekt mit zwei themen sagen wir drei themen aber mit open street map mit linux und mit retro commodore 64 ich präsentiere hier oder ich erstelle unter anderem auch osm street map karten mit einem programm das nennt sich map composer dieses programm ist so nicht konventionellen zwecken freigegeben kann jeder sich herunterladen und dementsprechend seine eigenen oben street map karten mit erstellen so ich habe den entwickler angeschrieben zum beispiel und habe gefragt ist es in ordnung wenn ich damit karten erstelle und die erstellten karten der erste linie für das garmin gps gerät zur kostenfreien verfügung stelle so was ist das für karten kann ich ganz kurz zeigen so diese karten die in erster linie für ein gps gerät etwa für so 1 oder für so 1 da habe ich sogar noch 1 oder auch für so 1 kennt vielleicht jeder dafür sind diese karten gedacht die kann man dann darauf spielen kostenfrei von ganz deutschland und kann mir halt dementsprechend benutzen diese karten sind optimiert fürs mountainbiken man kann ich zum beispiel auch unter anderem für qmap check benutzen oder wenn jemand windows hat kann man die auch für garmin basecamp für dieses programm kann man die auch benutzen so zum beispiel gebe ich jetzt mal ein qmap check das wäre ein programm mit dem man das benutzen kann so dann kam mit diesem programm mit qmap check zum beispiel die karten anschauen ich kann das mal eben mehr verknüpfen wir sind ein paar karten die ich habe die drei ok nun wie die damit wären hier drin wenn man hier auf aktivieren klickt dann hätte man halt eben dementsprechend die karte von von ganz deutschland die ich selbst erstellt habe mit diesem programm map komposer so besonders dieser karte zum beispiel ist die meine ein gebiet hinein was für mountainbiker interessant ist hier sind alle offiziellen mountainbiker routen drin hier zum beispiel in dem waldgebiet die hart das ist im kreis recklinghausen auch mit mit beschriftung rk also für rund kurs steht das jetzt in dem fall hier sind etliche trails angezeigt und interessante punkte zechenpunkte ist noch ein schwerpunkt hat normale radwege ja und dann kann man sich noch ein wanderlayer und da drauf packen das kann man abstellen sage ich mal zum beispiel die ganzen x-wege vom sauerländischen gebirgsverein werden angezeigt auch mit beschriftungen hier zum beispiel die x6 hier oder diese fernen wanderwege hohe marksteig als beispiel und das habe ich dann für ganz deutschland gemacht wenn man in sauerland guckt hier sind ja jede menge wanderwege und hier sind eigentlich schon sehr sehr viele wanderwege drin die hauptwanderwege behaupte ich mal sind alle drin es kommen immer wieder neue wanderwege hinzu fallen auch weg oder wenn umgeleitet und das ist auch so ein bisschen so meine aufgabe das zu verfolgen und dementsprechend die neuen daten in osm einzugeben also im endeffekt ist es ein nehmen und ein geben sage ich mal das ganze ist ja open source sage ich mal oder wie man es immer nennen will ich stelle daten bei osm rein nehmen die wieder raus und verarbeite die dann dementsprechend dann für meine projekte und genau diese karten stelle ich kostenlos zum download zur verfügung so und jetzt bekomme ich post von youtube dass ich irgendwelche richtlinien verstöße verstöße keine ahnung warum gut das an für sich wäre schon ein riesenthema für sich sage ich mal da habe ich auch schon mal mehrere videos zugedreht eigentlich habe ich letztes festgestellt auf meinem ersten youtube kanal weil im endeffekt youtube mache ich seit 2008 also schon seit den anfangszeiten und habe dann so bis 2018 diesen einen kanal gehabt mtb herten und den habe ich dann irgendwann platt gemacht ja weil ich so ein bisschen umgeswitcht bin auf diese linux gaming oder wie man es immer nennen will c64 schiene und deswegen den kanal gibt es nicht mehr ja deswegen habe ich auch schon etliche erfahrungen mit youtube und solchen kommentaren sammeln können und viele sachen war wie am anfang auch ein paar fehler gemacht keine frage habe ich die videos wer gelöscht alles gut und schön aber man muss manchmal auch so ein bisschen die kirche im dorf lassen und ich weiß nicht was die seite jetzt hier gegen irgendwelchen richtlinien verstößt also hier liste ich auch noch mal karten auf die ich alle so erstellt habe wanderlayer im desktop bereich eine karte für das gps eine karte für holland so eine knotenkarte gibt es hier spezialkarten habe ich noch dachkarten kurz erklärt für welches gerät sich welche karte am besten eignet eine zeichen karte mit allen zeichen punkten drin was habe ich noch archiv ja da steht glaube ich nichts weiter drin oder hier das programm mit dem ich erstelle mit dem map composer da habe ich extra ein debian paket zu erstellt auch da habe ich es okay von dem ja von dem von den owner bekommen das jetzt machen darf also hier ist alles sauber trick dann kann man die piks dateien mit gut bearbeiten ist auch nicht von mir ich habe nur das debian paket bereitgestellt ist auch wer der gleiche entwickler dahinter da habe ich auch okay hier sind ein paar links drauf nicht links ein paar legenden drauf was was zu bedeuten hat commodore 64 jemals stelle ich meine projekten vor dass ich die 42 mal am ende mache dort habe ich auch schon wieder rausgenommen sick mc reckon mache ich ja das was man dann so postet halt so ein paar bilderchen von meiner retro geschichte paar basic codes ich interessant finde ja und solche geschichten bei linux genau das gleiche wie man ein eigenes iso erstellt wie man group reparieren kann wenn man ein tuxedo hat was man da noch so machen kann und 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 also hier ist eigentlich jetzt nichts illegales drauf trotzdem wurde ich jetzt gezwungen oder ich fühlte mich gezwungen diesen link von meiner verband youtube kanal runter zu nehmen und das habe ich seit gestern jetzt auch getan ja gut ist dann halt so vielleicht pack ich noch irgendwann wer drauf ich musste das noch mal abklären ob ich die wirklich unternehmen muss das finde ich halt eben nur ein bisschen schade halt eben dass dann vielleicht so ein einfach nur ein algorithmus von youtube entschieden wird ohne dass wahrscheinlich mensch hinter steckt und das ganze mal vernünftig mal auf den grund geht und auf einmal ist dann halt eben ein kanal blockiert warum auch immer ne und das denke ich man muss nicht sein dass einfach nur so ein kommentar von meiner seite wie ich das ganze sehen das nur so als kleines großes vorwort zu meinem eigentlichen thema was ich machen wollte mein eigentliches thema war ja auf diese stellen zu reagieren habe ich auch gemacht habe dann dementsprechend dann auch das gemacht was ich machen sollte nicht musste sollte freiwillig natürlich und das video kommt es auf jeden fall nicht online dafür dachte ich mir so es geht so eine ähnliche richtung mache ich dann ein video über fsua ich hoffe ich spreche es richtig aus und zwar gibt es eine linux software die nennt sich fs ua e fs da hätten es fs ua e launcher so was macht dieser launcher im endeffekt emuliert dieser den amiga das ist eine ganz einfache oberfläche die sieht so aus sage ich mal und hier hat man ein paar einstellungsmerkmale die man vornehmen muss so um ja um legal amiga spiele die man auch selber hat spielen zu können braucht man roms wie kommt man einen roms dran legal entweder hat man einen eigenen amiga da kann man sich von den amigas das irgendwie rüberspielen auf dem pc den habe ich nicht oder es gibt amiga forever so amiga forever hier drüber kann man legal sich roms workbench und auch einige spiele herunterladen hier gibt es in verschiedenen ausführungen einmal eine value edition kostet 20 euro plus edition und eine premium edition ich habe die plus edition gekauft der unterschied ist eigentlich nur hier bekommt man noch dvds dabei und noch mehr software noch mehr videos und so weiter aber die ganzen roms und workbench sind auch in der plus edition vorhanden kann ich auch mal ganz kurz zeigen hier amiga forever gekauft das bekommt man dann halt als zip datei mit einer msi datei entpackt sieht das dann so aus da hat man ein dvd image nach der tollen muss das auch noch auf eine dvd brennen aber bei linux ist es ganz einfach recht klicks mit eingehängten laufwerk abbildern öffnen so und dann wird das praktisch wird praktisch das image als eine eingelegte dvd erkannt und kann dann dementsprechend hier drauf zugreifen und hier ist alles mögliche drauf also wichtig worum es mir ging es um roms und um die workbench und das ist hier drauf die habe ich mir praktisch dann hier raus kopiert und in mein fs ua e hinterlegt so da muss man hier nämlich unter roms wo war das noch mal hier kick rom wählt man sich das passende rom aus hier kickstart 1.2 habe ich genommen amiga forever und die kann man noch eine hardware einstellen so wie man es haben will ich habe eigentlich mal diese einstellung und dann kann man hier drüber halt eben auch eine diskette einlegen ja das könnte ich auch mal eben machen so die spiele unter anderem habe ich auch legal so damit youtube mir nicht irgendetwas vorwerfen kann kann man das sehen das ist unscharf ne ne so rum muss ich halten man hat menschen amiga 500 und noch ein paar andere amigas und die andere diskette habe ich auch so was man halt nun mal so braucht was in jedem guten haushalt hinein gehört ist ja klar zum beispiel an der menschen und das möchte ich jetzt als alternative dementsprechend jetzt mal testen genau das öffne ich jetzt mal und ich bin auch nicht so ganz vertraut mit also viel mehr braucht man eigentlich auch nicht machen herunterladen das gibt es über ganz normal die über ein software center fsu re rom muss man haben ja viel mehr braucht man die und unnatürlichen spiel dann kann man auf start klicken und jetzt testen wir ob das überhaupt funktioniert kann mit alt enter kann man das ganze noch in groß machen genau hier wäre dann kick rom release 1.2 und bei amiga forever sind meine ich alle oder nahezu alle gängigen kick roms enthalten oder zumindest sehr sehr viele dass man auf der sicheren seite ist dass man da ja eigentlich jede software mit zum laufen bekommt guck mal eben ob ihr überhaupt ton habt alt enter so dann wollen wir mal gucken wen nehmen wir da mal machen wir mal eine damen power hier die beiden nehmen wir mal das kann sogar schön auf deutsch dann schauen uns mal das intro an in der zeit trinke ich schon mal kaffee also das wäre praktisch jetzt ein kleiner spoiler das wird irgendwann in nächsten wochen monaten wird es dazu auch ein video geben wie ich maniak menschen über amiga forever über amiga emulator spiele habe ich mir auch vorgenommen zumal mir geht es dann auch um den vergleich von der c64 version beziehungsweise der amiga version was daran jetzt der unterschied ist das ist auch schon ein bisschen anders meine ich aber es ruckelt ein bisschen vielleicht kann man da irgendwie noch was einstellen in den grafikoptionen ok sind wir beim alten haus hier hat dr fred semi verschleppt wir müssen sie da rausholen da rausholen das könnte gefährlich werden wenn jemand aussteigen will ich habe doch der fred sei ganz nett ich glaube bei c64 version sagt die süß anstatt nett da bin ich mir ziemlich sicher da gibt es also noch ein paar unterschiede interessant ah noch ein unterschied beim c64 läuft die person hinter dem sound und hier war es vor dem sound so jetzt muss ich mal gucken wie das mit dem diskettenwechsel geht ich glaube da muss man und lege jetzt hier zwei disketten ein diskette 1 und hier sage ich ihm jetzt muss ich die anzahl der laufwerke erhöhen auf 2 und hier sage ich ihm ja jetzt sage ich ihm nochmal start mal gucken wir mal den grafikeinstellungen vielleicht können wir auch noch etwas machen ach komm wir machen hier mal eine richtig tolle grafikkarte picasso picasso sagt mir was aber ich habe nicht viel ahnung von von amiga muss ich ja beisagen netzwerker turbo karte ne das lassen wir mal so cpu standard cpu 68.000 machen wir das mal so ne choice hat er funktioniert mit der maus da mache ich nichts dran dann sagen wir mal start achso kickstart wie ist man kickstart weg was will er jetzt achso ach da braucht man auch einen rom für für die grafikkarte ok äh dann gut zu wissen dann machen wir halt eben machen wir die die geht vielleicht ist das die standard grafikkarte da muss ich mal gucken dass ich auch noch an grafikkarten rum kommen oder vielleicht braucht man auch einfach nur äh ein anderes andere release version 1.2 vielleicht braucht man eine 2.0 oder sonst was ich meine die pegasus die kam auch ziemlich spät erst auf den markt so machen wir es nochmal sagen im start ich habe das gefühl dass die farben jetzt bisschen kräftiger sind kann das sein liegt das an einer anderen grafikkarte vielleicht ist das auch eine optische täuschung woher in die ja 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 da So, dann gucken wir mal, laufen wir dann mal zum Haus hin, so, dann muss ich Diskettenwechsel machen oder erkennt er es jetzt sofort, weil ich habe zwei Disketten sofort eingelegt, alles wäre ja prima, wenn er jetzt automatisch, ah, jetzt erkennt er es automatisch, super, das ist ja schön, dann wollen wir auch keinen Diskettenwechsel machen, auch keinen virtuellen, dann kann man so richtig schön in einem durchspielen, so, wollen wir mal so ein bisschen gucken hier, was man hier machen kann, zieh, zieh Fußmatte, ja, das ist an der Stelle gewesen sein, ich wollte auch nur mal so ganz kurz so ein Statement zu YouTube-Richtlinien geben und auf einen meiner nächsten Projekte hinweisen, das wäre zum Beispiel man ja mindestens als Amiga-Version. Ich bedanke mich für's Zuschauen und verabschiede mich jetzt auch bis zum nächsten Mal. Glück auf!